hallo willkommen zum 149 part let's play d let's shoot here is the kind in part 49 ja ich weiß jetzt mal habe ich auch mit 40 gesagt er hat mich bloß vertan eigentlich war es part 48 genau ja mal schauen wie weit wir kommen weil ich das spiel zum zweiten mal spiele wieder nach langer zeit und ich nicht weiß machen soll so richtig weil ich mache heute nur den schreien mal schauen weil ich habe nicht so viel zeit und das bitte muss ja nicht so lang werden finde ich das muss jetzt nicht sein in der schrei müsste eigentlich da oben selber genau also irgendwie mit der blase darauf kommen genau da oben ist der schreien so ich nur schreien schon ran der himmel am besten machen wir auch gleich mal hin weil ich mich dauernd nicht ich mich nicht damit ich mich jetzt nicht platzieren kann hoffe ich schaffe ich ohne hilfe mal schauen ob uns auch ohne verschaffen wenn nein dann muss ich ihm schauen auf youtube schauen wie es geht aber ich hoffe mal dass man es irgendwie auch ohne hilfe schaffen schwebendes wasser nicht die blasen das ist eine schade nämlich echt bisschen die silben natur oder so ich kann ja nichts nehmen ok dann muss eigentlich ja wie gesagt nie nichts sein ich glaube ich mach diese blasen einfach nicht da kommt man ist drauf muss ich jetzt sind da ok schmerz geschafft und wohin jetzt also da ist das schreien ich komme hier rauf und dann 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 ich dann 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 ich dann ich dann 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 ich dann 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 ich dann dann runter. Warum mache ich das immer so falsch? Diese Blasen, ich komme mit den Blasen einfach nicht zurecht. Einfach abspringen, wenn es soweit ist und nicht immer nur früher. Ich kaum da nicht hin. Ich muss mir doch ein bisschen länger warten. Wenn die andere Blasen nicht im Weg wäre, ist das Problem. Ja, ich bin echt nicht gut im Spiel. Ich muss ja schon mal reinkommen. Hallo Blasen, komm wieder her. Und merkt ihr einfach warten. Nichts machen am besten. Einfach warten. Jetzt sind wir gelandet, okay. Okay, bei der Blasen einfach damit. Puh, geschafft. So, und jetzt muss man nur noch das Teil da nehmen. Nein, ich brauche jetzt die Ultrahand. Genau so. Und dann die beiden verbinden. Das ist ein bisschen blöd gemacht für mich. Und dann verbinden und dann den Klotz da hinten schieben. Die Mitte verschieben und dann müsste eigentlich die Blase nach oben gehen. jetzt mach schon. Da hast du ein Blase raus. Hast du ein Problem? Das müsste eigentlich hoch genug sein, oder? Ja, jetzt geschafft. Ja. Nein, kein geschafft. Sauen mit Hilfe, aber ich habe es geschafft. Und wir haben den Schein geschafft. So, da bin ich wieder. Ich frage sie, wie komme ich da rauf. Der Boss war hier. Der Boss war hier und der so. Der Boss war hier. Ich frage sie. Ich frage sie. Ich frage sie. Ich frage sie. Wie baut man sich sowas zusammen, ist die Frage. Ja. Ich frage sie. Und ich brauche das nicht. Ich frage sie. eigentlich unter fein idiot ich brauche ich nicht oder so ich habe noch einen leser nach kete kosten das war jetzt ein bisschen drum ja falsche rum das wird es ein bisschen blöd werden habe ich dir das bessere ist dabei das besser oder ob man mir das geht nicht nicht weg dann ist das problem aber rakete ist so schnell ist das problem ich habe noch eine rakete ist das problem habe ich nicht so was anderes wie soll es da hinkommen ich noch irgendwie kapselspender sachen mindсолют中 بت spielen erst mal shakes fast bist du hast dir Das Problem ist nur das Teilflitter nicht drin. Was mache ich jetzt bloß? Okay, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich muss einfach nur das Teil nehmen, es dahin tun und mit dem Pfeil abschießen. Ach, jetzt abspringen. Und jetzt abspringen. Und jetzt abspringen. Ach nee, das zerbricht jetzt gleich. Aber ich habe die neue Waffe bekommen. Ich habe gerade einen Zungenbogen. Da ist so eine Lanze, genau. Also ich kann das mit dem Raufschwimmen schon selbst oder? Leidung. Wenn ich alles täusche, kann ich mit dem Ding nur mit der Sonnenrüstung raufschwimmen, oder? Da müssen wir speichern gehabt, damit ich nicht irgendwie runterfalle. Ja. Genau, wir brauchen jetzt die. Da müssen wir dann da rauf. Kommen wir da rauf? Ja, da müssten wir ja nicht raufkommen. Weil so müssen wir abziehen, ist die Frage. Also wir müssen dann, glaube ich, dann da. Wir müssen dann wieder raufkommen. Und warum beiß ich so immer nicht über das Spiel? Okay. Ich weiß nicht, ich schaue nochmal nach, was der gemacht hat. Okay, wir müssen irgendwie zu den Dreihaushaferien rauf. Ach genau, da müssen wir zu dem hin. Jetzt müssen wir gegen BK kämpfen. Habe ich noch genügend Waffen? Ja, die Waffe ist zerbrochen, die ich hatte. Ich habe schlecht. Scheiße, die haben so viel... Die ziehen so viel ab, ist das Problem. Ich habe kaum noch... Das wäre schön, wenn du ein bisschen mehr helfen könntest. Ach du Scheiße. Was? Mach mir doch die Waffe. Ja, Mann, die sind zu stark. Kannst du ein bisschen mal schießen. Jetzt habe ich die Waffe nicht mehr. Ja, das war endlich besiegt, Mann, ey. Ach, es ist so ein bisschen okay. Funktion. Warte, wir haben auch ein paar Plecken. Und das werfen wir denn raus. Das ist sehr starkes Schwert. Jetzt kommen wir, wie weiter? Ah, Holzfreudspalse kann ich nicht gut gebrauchen. Gut, dann muss ich mal schauen, wie es der weiter macht. Bis gleich. Ach so, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Bis gleich, ich muss schauen, was er macht hat. Okay, wir müssen das Teil hier in die Ultrahand. Ich sehe, hier bin ich aktuelles Problem. Man, ich hasse dieses Ding einfach nur. Genau, da müssen wir dann nach oben in die Blase kommen und da oben ist eine Toil, genau. Bleib doch in der Blase drin, du Idiot. Nicht mal mit den Blasen, die sind echt einfach nur nervig. Weil Link immer rausfällt. Da müssen wir rauskommen, okay. Aber gut, da kriegen wir jetzt eine starke Waffe, wie es aussieht. So, das ist auch eine starke Waffe, was wir einfach mal raus dient. Das ist auch eine starke Waffe. Nicht verbinden. Ja, jetzt müssen wir dann nach oben kommen. Aber das würde ich eh gleich beenden, weil es eh schon fast 30 Minuten sind. Das ist eben sehr weit, da kommst du im meisten Park gar nicht weit. Bleib doch mal drin. Ja, wir haben jetzt den Schein geschafft. Wir haben jetzt etwas geschafft. Jetzt mach ich noch. Ja, ich musste sich irgendwie anders anstellen mit den Blasen. Ach man komm, was ist das für ein Blödsinn hier? Ich weiß, es ist jetzt nicht gerade eines ganz am Anschauen. Aber ich komme gerade nicht weiter, weil ich mich so blöd anstelle. Ich möchte da jetzt nicht rauf. Was ist denn da falsch? Was ist denn da falsch? Ne, es... Ich komm da nicht rein. Jetzt mach das doch nicht wieder. Jetzt in der... Ne, Brücke oder sowas weiß ich nicht. Obwohl, jetzt passt. Ich dachte... Ich muss da hin gelangen. Ich muss da hin gelangen. Gut. Trude. Trude... Habe ich noch Wasserdinger? Hm... Ne... Ich... Gehe gerade nicht auf. Eigentlich... Hab ich noch Wasser? Hab ich jetzt... Das ist das Prost nicht... Hab ich die Wasserdinger aufgefressen. habe ich ja um ist nur dann mit ranten ja genau so und da ist noch eine truhe mit nopal genau ich schaue was er macht hat mal schauen ok müssen dann ein gleiter nehmen nein das sind die dinge ich brauche die nicht ich brauche gleiter und da müssten wir eigentlich zu sie dann kommen so sie dann kommen und jetzt greife einige aufgeleuchtet aus ein weiteres die brücke jetzt da wie die uns besten soweit vorn ich habe nicht so viel energie wie der jetzt gerade und dann dreifend der toren dann drauf tun dann haben wir eh schon fast 30 minuten erreicht ob wo der ist schräg drauf werdet ihr dich schon aus ne gar nicht eben es dauert eben sehr lange bis jetzt eben ich muss drei von team mitnehmen obwohl ich für das so machen ich kann es finden da eben da muss ich eben nichts immer laufen genau so und jetzt das jetzt nicht weg verstehe ich in sich ganz herum verhebt das nicht jetzt nicht ab das mache ich falsch was mache ich denn falsch vielleicht weil ich sie nicht gerade aufbezucht habe es könnte auch das problem sein so jetzt muss eben drehen genau es dauert zu lang ist das problem der patte ist schon 30 minuten lang so und jetzt müssen es eigentlich gehen es geht gut und wir sind bei prinzip ok speichern ab beim nächsten mal machen wir hier weiter bei sidon ok und das war auch schon mit part 149 bestellte kindern dann gewiss zu sehen bis zum nächsten mal tschüss so so